Hey und Willkommen zu Dishonored the Prickmore Witches. So, jetzt müssen wir mal gucken. Zelle A Ende 20. Okay, die müssen mal irgendwie... Die müssen mal irgendwie freischalten, aber... Gucke, warte mal. A Ende 20. Wir müssen nämlich noch an die Freischalte warten. Ja, genau. Ähm, A Ende 20. Ups, kennt denn das andere Fahrnummer? Ah, guck mal, A 12, das steht da. A 10. Okay, cool. Also A 10 und A Ende 20 müssen wir mal freischalten. So. Puh. Wie komm mal dahin an. Komm mal vielleicht am Böschte. Gucke. Hm, du könnt mal. Du könnt mal doch dahin an. Gehen. So, der macht doch bestimmt Alarm, wenn ich da herkomme. Genau, da müssen wir hier rennen. Oh shit. Gut. So, ich bring mal die hier am Böschte an. Nein. So. Ja. Gerade muss ich mir eine andere mit dir haben. Aufpassen, ein Herumtreiber. Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Wo finde ich noch? Ach so. Das ist so. damit gehen die zehn türen auf und zu cool so maßnahmen nach corvo athanos flucht ja das kennen wir schon anweisung zur zellenentriegelung das ist doch gut erst schalter buchstaben zweiten und dritten hebel ziehen ok also a 10 jetzt eine 20 Ja, das ist nicht gern. Plus. Okay. Nö, 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 nö. Alles okay. Nein, für ein Wachen, aufzumiere! Wo ist rein? Das ist nicht der. Jetzt hab ich dich. Attentäter, folg dich! Oh fuck! Wow. Ah. Wie ungeschickt. Wie ungeschickt. Comedy? Ich doch nicht hoffe. Hm. Ich hoffe, das ist es wert. Lecker. Lecker. Ja. In die Toilette rumgekramt. Äh. Was haben wir hier jetzt? Adapte? Keine Ahnung, wo die sind. Öfte Verstärkungen? Äh. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ist das dann schon irgendwas? So, dann müssen wir ins Ruf. Muss wohl. Was ist denn hier? Ne, hier waren wir schon. Alles klar. Ja. Wach auf, Lizzie. Oh, ich sag kein Wort. Moment. Wer? Dort. Ach, wirklich. Wer sie auch geschickt hat. Ich bitte das Doppelte. Ich werde sie hier rausholen. Dafür schulden sie mir was. Was für ein Gefallen. Ist das wichtig? Wenn sie hier bleiben, sind sie morgen tot. Worum geht es? Nur eine Bootsfahrt. Flussaufwärts. Durch die Blockade. Dann haben sie Pech. Mein Boot. The Andeen. Gehört jetzt jemand anderem. Mein Stellvertreter hat mich übers Ohr gehauen. Ein Dreckskerl namens Edgar Wakefield. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Können sie gehen? Wenn sie mich hier rausbringen, fliege ich sogar. Ich würde sie für Wakefields Tod bezahlen. Wäre mir ein Vergnügen. Kommen sie. Ich hole eben meine Tiara. Hm. Ich glaube ich. Ich muss sie raustragen. Uh. Okay. Das ist natürlich. Super optimal. So. Nun. Überlegte Rune. Ausgang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tja. Kommen wir da druf. Kommen wir da druf. Ah. Wow. So. Ausgang. Bis dahin. Das ist ne. Komm mal druf hin. Na super. Say Oscar. Yes. Yes. 70 Oh. Das ist Magie nicht einsatzbereit. Na, Mist. Okay. Hier hinten ist der Kanalisationseingang. Huah. Komm Lissi. Oh fuck. Okay, dann müssen wir die Hünderin. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Hm. Wow. Die Schieße wohnen. Wer tut denn sowas? Eine verlegte Rune trifft sich gut, trifft sich gut, alles klar. Wo? 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 Auf Seemmusik. Scheiße. Huah. Schnell raus, 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 raus. Sie ist fertig, aber nicht tot. Kümmere dich um ihre Wunden. Jawohl. Sind Sie bereit? Jo, ich würde sagen, GEMA. Ja, das war jetzt relativ Mist. Aber gut, hat geklappt. So, eliminiert. Das war eigene Dummheit. Alarm ausgelöst. Das war auch eigene Dummheit. Insofern ist es eigentlich okay. Ähm. Jo, gut. In Richtung der Wache verhindert, die Corvo geholfen hat. Ah, okay. Super. Endknorre-Artefakt haben wir nicht gefunden. Mist. Aber alle ohne. Und das? Da war eigentlich nichts Laie gelöst. Hm. Egal. So, Draper's Ward. Ah, stimmt. Der Edgar Wakefield, der Stellvertreter. Das ist der Chef der Bande. Dunwall verändert sich schnell. Vor sechs Monaten gingen in Draper's Ward noch die Reichen und Wohlhabenden ein und aus, um gesehen zu werden. Die Seuche hat das Viertel dahin gerafft. Und jetzt kämpfen zwei Banden um die verfaulenden Überreste. Die Hutmacher. Und Lizys Bande. Die Toten Aale. Lizys Stride war der Boss der Toten Aale, bis Edgar Wakefield sie um ihren Platz betrogen hat. Und um ihr Brot. So etwas passiert in Dunwall jeden Tag. Ich verurteile ihn nicht. Ich habe schon Schlimmeres getan. Aber ich brauche das Boot. Edgar Wakefield und ich haben was zu klären. Ohlala. So, Verwirrungsstaub. Das hört sich doch gut an. Ach, wir haben gar nicht viel Münze. Gucken wir sie erstmal die Gefalle. Oh. So, die versunkene Kiste. Mit Vorräten. Du musst tauchen. Oh. Okay. Nimm mal. Versteckte Rune. Ähm. Ja komm. Das müssen wir. Ehemaliger Rothschildarbeiter. Ah, stimmt. Da haben wir ein paar befreit. Oh ja. Nee, der Nähfabrik. Das holen wir auf jeden Fall. So. Verbesserungen. Äh. Kommen sie. Erst müssen wir mal. Das ist okay. Ja, da kommen wir noch damit aus. Wir gestorben. Da haben wir noch alles. Na, Komi. Da haben wir auch genug. Ein Kabelwerkzeug. Ich hole mal vorsichtshalber. Da haben wir genug. Das finden wir ja alle gebott. So, gucken wir mal Verbesserungen. Ähm. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was denn das? Nein. Wöse was das ist. So veränderte chemische Zusammensetzung, eine kurzzeitige. Oh. Oh. Oh, wie nice! Das ist doch sehr cool. Das ist sehr cool, aber das kostet nicht mehr ganz Geld. und so allzu oft setze ich mir auch nicht in das heißt mir kenne du angegehen irgendwas klaue abhauen und du wirst es nicht wo ich mir überlegen brauchen wir irgendwas da haben wir noch also mana wäre nicht schlecht was kostet das ganze 300 dann haben wir noch knapp 150 könnte man noch ein mana hole eine bolse er wird gestorben wir haben fünf nachkommen das wurde mal einfach was gibt es denn hier noch noch so brauchen wir eher nicht reichschuhe zwei ja cool aber kommt egal jetzt machen wir 145 haben kaufen wir noch einigen das dort finden wir unterwegs das ist schon kommen kaufen mal egal irgendwo muss geld hier hin oh noch schon da die nahrfabrik wurde per wasserrad betrieben bevor der kanal ausgetrocknet ist seit kurzem läuft sie wieder und was die hutmacher auch dafür getan haben die toten alle sind ziemlich sauer sie bekriegen sich ich muss ans flussufer so so also müssen wir mal gucken wir können so das ist jetzt schwer dann fünf ruhen ich könnte mal anziehen und dann können wir das ist natürlich auch geil da könnte man jemand mit dem bolse schussgerät ausschalten und dann zu uns ziehen kommt das hole mal das hole mal definitiv so ok wir müssen rotwildarbeiter und dann natürlich die rune und die versungene kiste haben wir viel zu tun würde ich sagen was ist los habt ihr zu viel zu nähen recht zurück in den fluss ihr seid keine echte bande nur ein paar dreckspäder kommt und kämpft oder müsst ihr euch erst ein paar kleider nähen so was geht hier ab oh ja oh ja du geht's gleich ab die losen wir mal machen aber ich würde sagen wir in die kämpfe kämpfe wie ein schulmädchen auch nicht schlecht wir machen beim nächsten mal weiter und dann bis zum nächsten mal bis dann bye bye